Moin Pyros! Heute habe ich von Pyroland die PowerSmoke für euch in Rot. Lasst euch überraschen! Die Pärchen kommt vom Land auf. Das ist gut. Aber es hat mich wirklich gut gemacht. 60 Sekunden Rennendauer, die machen wir es hier ein bisschen windig. Man kommt auf die Kamera nicht so extrem, aber der Rauch ist schon schön kräftig und stark. Ja, das ist frei. Ja, das ist auch schön.